Von der Firma WEWO habe ich diesen Windgenerator Typ FT400 erhalten. Der Rotordurchmesser beträgt 1,30 Meter, wobei drei Rotorblätter verbaut sind. Das Gerät wird mit einer Leistung von bis zu 400 Watt beworben. Mit dem ebenfalls mitgelieferten Regler können 12 oder 24 Volt Bleibatterien unabhängig von einem Stromnetz geladen werden. Der Windgenerator erlaubt somit den Betrieb kleiner elektrischer Verbraucher in entlegenen Gegenden oder kann einen kleinen positiven Beitrag zur Energiebilanz eines Haushalts beitragen. Geliefert wird die Windturbine in einem kompakten Karton mit einem Gesamtgewicht von etwas über 8 Kilogramm. Hochaufgelöste Fotos aller Teile gibt's wie immer auf der Webseite von HowOpenIsThisGadget. Die zur Montage der Rotorblätter nötigen Werkzeuge liegen bei. Diese bestehen aus Nylon und müssen an der Rotornabe angeschraubt werden. Pro Rotorblatt werden dafür zwei 6mm Schrauben mit selbstsichernden Muttern verwendet. Anschließend wird die Narbe auf der 15mm Welle des Rotors mit einer ebenfalls selbstsichernden Mutter befestigt. Und ja, die Mutter habe ich später ohne Kamera im Weg nochmal richtig fest angezogen. Die Kappe wird auf die Rotornabe aufgesteckt. Das Vorderteil der Turbine mit dem Rotor ist mit vier 5mm Schrauben am Gehäuse befestigt. Der Rotor ist mit einem Kugellager Typ 3203b mit zwei Reihen Kugeln am vorderen Gehäuseteil eingepresst. Ein Gummiring dichtet die beiden Bauteile ab. Am Rotor sind 12 Permanentmagnete angebracht. Die mit Kupferlackdraht gewundenen Spulen befinden sich am Stator der Turbine, diese sind über den Eisenkern in das Gehäuse eingepresst. Da sich das Turbinengehäuse drehen muss, um den Rotor optimal zur Windrichtung auszurichten, befinden sich drei Schleifkontakte am oberen Ende der Drehachse. Diese bestehen aus Messingringen mit Kohlebürsten und führen die generierte Energie über drei Kabel im Zentrum der Achse nach außen. Das sehr stabile Turbinengehäuse inklusive des Blechs der Windfahne bestehen aus Aluminium. Auch die Drehachse des Turbinengehäuses ist kugelgelagert. In Sachen Elektronik müssen die drei Kabel der Turbine mit dem Laderegler verbunden werden. Dieser Teil der Elektronik ist in einem Kunststoffblock eingegossen und wird somit vor Witterungseinflüssen geschützt. Zwei weitere Kabel müssen mit einem 12 oder 24V Bleiakku verbunden werden. Der beiliegende Regler ist für einen Maximalstrom von 30A ausgelegt und erkennt automatisch, ob ein 12 oder 24V Bleiakku angeschlossen ist. Ein integrierter Step-Up-Konverter sorgt dafür, dass schon bei niedriger Rotordrehzahl der Akku geladen wird. Die komplette Turbine ist an einem Stahlrohr mit einem Durchmesser von etwa 53mm zu befestigen. Wie für alle Windturbinen gilt, je höher über dem Boden, umso besser die Ausbeute. Was kann die FT400 von Wevor in der Praxis leisten? Um diese Frage zu beantworten, werde ich an der Turbine Sensoren anbringen, welche unter anderem die Rotordrehzahl, die Ausrichtung des Turbinengehäuses und die Ladeleistung am Bleiakku messen. Die Messdaten werden live ins Internet übertragen und können von jedermann abgerufen werden. Das Video zu dieser Umrüstung gibt's auf meinem zweiten Kanal, Homo Faziens, zu sehen. In diesem Sinne, dange für's angucke und bis bald! Wir verzögern uns auf,げinhalb, bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020